103 Ein Oldenburger Hengst, Fohlen geboren am 15. Mai Ein Sohn des Vor-Romans, Dittangue, Welchitz, Ro, Jorok Zürich und Aussteller ist der Einricht Kaiser in Markhausen Ein Sohn des Vor-Romans, Dittangue, Dittangue Die 103, Four-Romans, Dittangue, die Noten für den Typen 9,5, 9,0, 9,0 Bewegungsablauf Wir haben die erste glatte 10 9,0, 9,5 Im letzten Jahr war ein tosender Applaus bei einer 10 Vielleicht könnten wir das mal mit schönen Wecker Ja, danke So Und wir haben auch Körperbau, Korrektheit und Entwicklung 9,0, 9,0, 8,0 Und jetzt kommen wir noch zum Katalog 103 Ein Vor-Romans, Dittangue, in Polen Im Besitz von Herrn Heinrich Kaiser in Markhausen Auch hier Wir haben hier wieder ein sehr typvolles Vor-Romans, Dittangue, vor-Romans, Dittangue Sehr schönes Gesicht Sehr gute Erheizung Der Heizung, der Verjüngstig, wunderschön Zum Genick, zum Überraschenvollen Sehr guten Hinterbein Wir haben hier bereits im Grunde Ein Entfohlen, wie wir gedacht Wir müssen hier starten Seinen Entfohlen, wie wir recht decken Und auch hier In der Überraschung, in der Beziehung In der Darstellung im Rahmen Was auch sehr positiv Zu sehen Auch hier Herzlichen Gratulation Und Dankeschön Oh, jetzt können wir diese Form Oh, jetzt können wir diese Form Und wir müssen das Und wir müssen das Es aufgeht Und wir müssen die Form können wir das